Wir sind da, Stan. Wow, das ist ein hartes Pflaster. Stan, schläfst du? Bleib wachsam, Klaus, wir sind da. Halte den Dieb! Okay, jetzt sind wir dran. Stan, übernimm du das Steuer, dann kann ich ihn mit meiner Heckklappe ins Überbraten. Cool, aber sei vorsichtig, ich hab da hinten ein paar Golfbälle drin, die will ich nicht verlieren. Verdammt, Klaus, mach wenigstens die Heckklappe zu, bevor auch noch meine Kleiderbügel rausfallen, das sind ganz schön viele. Hey, du musst erst bezahlen. Wir regeln das, Manny. Das war nur ein harmloser Strich. Wer war das denn? Weiß ich doch nicht. Denkst du, ich kenne jeden hier in der Stadt? Hey, kennst du diesen Mark aus Deutschland? Fahr einfach. Die klauen alle Zacknacks, wundert sich das nicht, Stan? Weißt du, was mich noch mehr wundert? Seit wann bist du denn so cool? Das macht total Spaß mit dir zusammen. Geht mir ganz genauso, Stan. Oh, wir sind da. Gut, der Kerl ist tot. Nein, ich liebe noch. Sollen wir's zu Ende bringen? Aber, aber, Klaus, Gott zu spielen steht uns nicht zu. Wir haben ihn abgehängt, glaub ich. Oh, schau. Ich ist hinter dich. Wisst ihr, es gab eine Zeit, da konnte ein Mann eine Frau und ihre Kinder ausführen und einfach einen netten Abend haben. Ist denn die ganze Welt verrückt geworden? Das sind Kinder, Frank. Und weißt du auch, was Kinder später mal werden, Stacy? Erwachsene. Nur die da nicht. Frank, sieh mich an. Bitte, Frank. Weißt du noch in Montauk? Weißt du noch auf der Fähre? Sie war voll, wir dachten, wir passen nicht mehr drauf und was passierte dann? Sieh mich an, Frank. Alle sind mit ihren Autos ein paar Zentimeter vorgefahren, ein kleines Stückchen nur und wir konnten noch auf. Sie halfen uns. Ja, die Erwachsenen halfen uns. Das weißt du doch noch, Frank. Sie waren freundlich zu uns. Stacy? Ja, Frank. Denkst du, wir haben jetzt noch die Chance? Die Chance auf einen netten Abend? Wer war das? Du hast recht, Klaus. Sie sind überwältigend. Tja, als ich neulich so viele Sterne gesehen habe, habe ich mir gedacht, Stan würde jetzt total ausflippen. Hast du, abgesehen von heute, habe ich erst einen einzigen Sagnatriegel gegessen. Wenn überhaupt. Wirklich? Das hast du mir nie erzählt. Das habe ich noch niemandem erzählt. Jetzt weißt du mehr über mich als jeder andere auf der Welt. Ist das also, dass du mir vollkommen vertraust? Du legst dein Herz in meine Hände? Genau so würde ich es ausdrücken, Amigo. Dann nehme ich mir jetzt dein Herz und schlache mit meiner Ecke. Wirklich? 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 Freunde? Wirklich? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020